Guten Tag, meine Damen und Herren. Gestern wurde in Sachsen und Thüringen gewählt und die AfD ist stärkste Kraft in Thüringen und zweitstärkste Kraft in Sachsen. Ich möchte hier nur zwei Punkte kommentieren. Einen hier und einen auf meinem privaten Kanal, maxotthe.de, das ist unten verlinkt. Und hier kommentiere ich jetzt das Thema mögliche Wahlbeeinflussung, auch Medienbeeinflussung. Und was mich besonders aufgeregt hat, ist der Sturm um die angeblich Geheimparty der AfD in Thüringen, die Wahlparty. Der Raum sollte 200 Personen fassen und es ist für die AfD ja sehr, sehr schwer bis unmöglich im heutigen Meinungsklima, das ja wirklich repressive totalitäre Zustände hat, überhaupt Veranstaltungsorte zu bekommen. Ein Unding für eine Zivilgesellschaft, ein Unding für eine Demokratie. Ich selber war auch schon mehrfach davon betroffen, dass wir keine Säle bekommen haben. Dabei referiere ich einfach über die Weltlage, bin in keiner Partei mehr und nichts, aber so ist es halt. Und nun war es so. Die AfD wollte eine Wahlparty halten, der Sieg zeichnete sich ab. 200 Leute ungefähr kamen in den Saal rein und die AfD hatte 50 Medienvertreter zugelassen. Zwei von der dpa, drei von Reuters, vier von der Deutschen Welle, die Zeit eine, Freie Journalisten drei, Getty Images drei, RTL drei, Deutschlandfunk eine und so weiter. 50 Journalisten waren zugelassen in einem Raum, der knapp 200 fasste. Und dann haben Einzelne, wie zum Beispiel Bild, geklagt, dass sie auch da rein wollten. Jeder wollte also ein individuelles Recht haben. Und das wurde dann von der AfD abgelehnt. Nachher wäre man da mit 160, 170 Medienvertretern, die angefragt haben, gewesen. Und vielleicht 20, 30 AfD-Leuten. Und das Thüringer Gericht hat den Klägern Recht gegeben. Also man hätte alle zulassen müssen und wäre dann selber kaum noch auf der Party vertreten gewesen. Das wäre eine Pressekonferenz geworden. Und das wollte die AfD nicht. Also hat man dann kurzerhand alle Journalisten abgesagt. Davon betroffen ist auch unser Chefredakteur und Chefreporter Helmut Reinhardt. Der wäre auch gerne da gewesen, aber auch der konnte dann nicht. Auch die Freien durften nicht. Und man hat unter sich gefeiert. Und da war vorher schon ein Video bei Bild TV, was mich extrem aufgeregt hat. Da ging es nämlich darum, hier feiert Höcke seine Geheimparty. Und dann ist dieser Reporter einfach in das Lokal gegangen. Und wenn man solche Lokale dann natürlich öffentlich zeigt, dann stehen die am Pranger. Dann kriegen die Besuch von der Antifa. Also es ist wirklich, wirklich schlimm geworden in diesem Land. Und dieses Benehmen, da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also auf jeden Fall wird jetzt überall kolportiert. Die AfD feiere eine Geheimparty dabei. Waren an die 50 Journalisten zugelassen. Und das zeigt auch, wie unser Recht pervertiert, ausgehöhlt, umgedreht wird. Natürlich soll ein Recht auf Pressezugang da sein. Aber jetzt hätte man quasi der AfD alle Lasten aufgelegt. Sie hätte vielleicht einen neuen Saal besorgen müssen. Keine Ahnung. Das geht aber so schnell nicht. Also ich finde es richtig, dass dann eben die Pressevertreter abgesagt wurden. Denn es wäre nicht gegangen, mit 160 Pressevertretern und vielleicht 30 eigenen Leuten zu feiern. Das wäre ein völliges Unding. Aber die Presse hat es natürlich aufgegriffen. Und es wird über eine angebliche AfD-Geheimparty gesprochen. Ein großer Sieg für eine Politikwende in Thüringen. Ich selber gehöre ja keiner Partei an. Aus meinen Sympathien mache ich keinen Hehl. Und spannend ist auch, dass sich kurz vor der Wahl Ken Jebsen oder Kaiwan Sophie Sierwasch, wie er sich wieder nennt mit seinem ursprünglichen Namen, für ein blaues Wunder ausgesprochen hat. Und Ken Jebsen oder Kaiwan hat lange gesagt, wählen bringt nichts. Aber wir sind in einer solch elementar schlimmen Situation, dass man eben dann doch mal wählen muss. Es ist fast Notwehr. Und Paul Brandenburg hat sich angeschlossen, der auch unserem politischen System extrem kritisch gegenübersteht, hat auch sich für ein blaues Wunder ausgesprochen. Und das erinnert mich an die USA, wo Robert F. Kennedy Jr. bei den Demokraten, er war ja unabhängiger Präsidentschaftskandidat und ist vor einem Jahr ungefähr bei den Demokraten ausgetreten, weil sie ihm zu korrupt waren, sich jetzt für Donald Trump ausgesprochen hat, Donald Trump endorsed hat. Und dann ist ihm auch gefolgt Tulsi Gabbard, die vor vier Jahren als sehr junge Frau eine interessante Präsidentschaftskandidatur gemacht hat. Sie war Offizier bei der National Guard. Sie ist sehr klug. Sie war auch bei den Demokraten, ist auch dort ausgetreten, weil es eine korrupte Kriegsmaschine und Warmongering, sagt sie, also eine kriegshetzerische Partei geworden ist. Und auch Tulsi Gabbard hat vor wenigen Tagen Donald Trump befürwortet und ihn endorsed, wie das auf Englisch heißt. Und jetzt werde ich in meinem nächsten Video, was Sie auf meinem anderen Kanal sehen können, unten verlinkt darüber sprechen, wie es mit Sarah Wagenknecht gekommen ist und dass sie eben nicht den Weg der parteiübergreifenden Vernunft gewählt hat, sondern einen anderen Weg. Und das sehen Sie im nächsten Video. Ich jedenfalls freue mich, dass in einem Land zumindest die AfD stärkste Kraft ist und hoffe, dass unsere Demokratie so neu belebt werden kann. Ihr Max Otte.